die fahrt vom bahnhof richtung heidmühle leider reicht der film nicht so ganz gerade mit hilda beim arzt und war ein bisschen einkaufen war mcdonalds oder was einkaufen oder der tag so wie immer hier nicht so ganz funktioniert ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.